Nummer 5 Er hat einen abnehmbaren Fäkalientank mit Tragegriff Eine robuste und stabile Konstruktion mit präziser und einfacher Entleerung. Er hat einen Abfallbehälter mit Tragegriff. Eine hautschonende, leicht zu reinigende Oberfläche. Zwei Ablassventile im Tank für eine rückstandsfreie Reinigung der gesamten Fläche. Eine zuverlässige Pumpe, die unabhängig von jeder Stromquelle Schnelldruck aufbaut. Ein Absperrventil für die Schublade sorgt für Sicherheit beim Entleeren des Fäkalientanks. Den Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 4 Es handelt sich um eine hochwertige, leicht zu bedienende tragbare chemische Toilette. Kompakt in der Größe und leicht zu reinigen. Das Produkt besteht aus zwei Hauptteilen. Dem oberen Teil mit Sitz, Sitzbezug und 15 Liter Frischwassertank und dem unteren Teil mit dem 20 Liter Abwassertank und dem Schließsystem. Ober- und Unterteil sind durch einfach zu handhabende Kunststoffverschlüsse miteinander verbunden. Der untere Teil ist mit einem stabilen Griff ausgestattet und kann hermetisch verschlossen werden, was den Transport und die Entsorgung des Abwassers so bequem wie möglich macht. Der antibakterielle Sitz verhindert das Wachstum von Pilzen und Bakterien. Sie verfügt über eine solide und praktische Handpumpe mit einem großen Spülvolumen. In der Beschreibung finden Sie den Link für dieses Produkt. Nr. 3. Fetford Porter Potti 365 ist eine tragbare Toilette in Familiengröße mit einem Fäkalientank mit hohem Fassungsvermögen und einer natürlichen Sitzhöhe. Seine Merkmale sind Farbe, Weiß, Handspülung mit Kolbenpumpe, integrierter Spüldüse, integrierter Deckelverriegelung, modernem, überarbeitetem Design, einem verbesserten Ventilgriffsystem und einem Spülkastentragegriff sowie verbessertem Sitzkomfort. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nr. 2. Das Starter Set Deluxe Blue hat einen luftdichten Verschluss, einen Frischwassertank, eine integrierte Rolle, die sich auflöst, und keine ausziehbare Kassette, dafür aber einen Auslaufschlauch, der mit 200 Anwendungen gut funktioniert. Er verfügt über eine Transportrolle für den einfachen Transport, wenn die Kassette voll ist, und kann ein Gewicht von 35 kg erreichen. Sie verfügt über eine hocheffiziente Kolbenpumpe und ein rotierendes Füllrohr zum einfachen Befüllen der Toilette mit Sanitärflüssigkeit. Außerdem verfügt er über eine Füllstandsanzeige und einen Ablassschlauch mit Entlüftungsventil zur sicheren Entsorgung. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung. Nr. 1. Die solide Beepot Toilette ist völlig eigenständig, mit sauberem Wasserfluss. Sehr leicht zu reinigen. Er ist kompakt und lässt sich komplett abnehmen, einschließlich des Ventils, um eine gründliche und vollständige Reinigung zu ermöglichen. Er hat einen stabilen, festen Griff für den einfachen Transport. Eine große Ablassschraube, kein umständlicher Rüssel, einfache und hygienische Entleerung, keine Verstopfung. Jeder Tank wird elektronisch getestet, um eine perfekte Abdichtung zu gewährleisten. Er hat praktische Seitenhaken, die den unteren Tank mit dem oberen verbinden. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Kaufen Sie das Produkt über den Link in der Beschreibung.